und zu seinem youtube video auf dem kanal von simulation markt 15 zusammen mit dem spiele gamer guten tag sehen wir uns sehr lustig naja heute wieder bei den leidern und ja und das gefällt lasst gerne ab oder kommentieren und video beschreiben und linktriebe vorbei in den twitch kanal könnte genau vorbei schon mal da wollte natürlich bei dir auch ist ja auch für linken ist ja lustig jetzt 50.000 blutbote sammeln letzten jahr gab es dann jedes match mit keine sorge ich habe so ich habe es von einer eine mensch geschafft also ja meine nase läuft wir sind nebenbei am stream mit unseren 24 bereittrücken der ronnie ist nur der killein bereittrücken muss ist doch gut wenn erwartet naja ist ja bald ostern diese woche nicht sogar ja am ersten klaus ja ostermontag ist auch nächste woche schon ja da wo ich weg bin da ist am ersten ja da müssen sie videos für mich aufnehmen aha was bringt wir das dass du es bei mir hochladen kannst wie soll das funktionieren wenn ich keine rechte habe hä du bist doch mit meinem google-konto angemeldet ach so stimmt ja ach ja ja weil ich dachte ja vergiss es weil sonst gesagt ich habe ja gar keine rechte und er kann kein dings hätte ich denke kein verwalter ja auch aber brauchen sie ja gar nicht immer haben wir noch nie gespielt freunde das ist der kleine baby hey sind sie bei mir ja ich komme am ö weil du ohne mich losgelaufen bist ich muss nicht wo du bist da liegt eine kiste in uns was ja ich weiß da liegt eine kiste wenn wir aufmachen ja noch nicht wichtig er hat uns gesehen weg älteste einmal wo sie noch nicht mal hier guck mal kann man noch und da steht da steht da einfach herum habe ich mir das lieb kommen wir das ab und jetzt war kleine pust hier habe ich auch gerne mal kurz warum das was du mitmachen soll bekommt weiter aber doch mal haben sie wohl keine nebenbei ob es oft nimmt er steht da einfach an krisenzeit nicht ich weiß ach jetzt willst du mir helfen ich habe keine taschenlampe und sie sich auswählen ich habe keine taschenlampe klatsch müsste ich dann retten ich möchte ich retten wir doch das lampe achtung weg Ich hab den Killer noch einmal geblendet. Herr Bühle. Oh nein, komm her. Pass auf. Was meinst du mit OBS? Ich kann mit OBS gleichzeitig aufnehmen und striehen. Könnt ihr auch, aber das Overly drin ist auch doof. Na, du hast das Spiel drin, den Tintamo glaube ich nicht. Nee, aber das Overly drin und die ganze Kampagne, die Nerven ja in der Ofen habe. Nö, denkste. Ah, ich will so ein Video, ob das mag, wenn die Kampagne nicht der Werbung für die Kampagne mache. Komm, mit einem Video. Wart mal kurz, passt das abmachen. Ich muss hier noch abgeben. Achtung, nicht erschrecken. Klatsch. Kampagne. So wie somit ein Mädel. Der Kampagne, ja, sonst, aber nicht. Gut, aber nicht. Was für schlucht stand da gerade oben. Warum verflucht, weil er denn? der rechte gedrückt hatte weil wir noch ein tot und zerstören müssen aber ich sehe im visier oben links ist ja so nahm der kralle da oben links ständig bin ständig im visier am kill ab dass der stadt nicht weil es ist ein kreis ja diese krallen weit bei der überlebenden in klammern allerdings in der liste ja diese klammern das ist noch mal einen krall oder was heißt das heißt hier wenn der hier entscheidungsverkauf das heißt dass wir dann vor ende vor kille dann doch die gleich schnappen sollte abhangen kannst ist da oder diese kralle näher bei mir drüber obendrauf dabei ist lassen rechts ja aber du hast dich doch ja nicht alles verprünkt hat auch wenn jemand hier ist noch frei in jeder runde komischerweise dieses symbolen ja immer tun oder was heißt das habe ich doch gesagt was das heißt also nicht relevant aktuell das habe es damit zu dem gejagt werde vom killer das ist auch verblutet er weiß ja naja ich höre irgendwer oh er suchte uns ooooh vor mir das Ding runtergemacht das ist da hinten komm her guck dich guck wenn ich gedrückt halte dann mach es gleich weiter oder auch nicht der kommt vor uns hallo ja und klatsch 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 auch wenn ich klipps mal was mit der OBS bis überlastet dadurch mit beides läuft liegen wir noch im boden kann ich auch nicht holen doch jetzt kannst nicht weißt du ein wo der jetzt ist komm gleich mit bitteschön ja vielen dank was was da kommen ja halt die klasse wahrscheinlich ja damit wahrscheinlich schlecht ist ich habe noch nie gespielt darf durch danke bitte empfinden die andere Seite zu nehmen ich habe nur zwei prozent auslastung oder ein prozent ich habe gerade ein clip gemacht aber er ist richtig ausgelastet der fb ist in den das kopf ja 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 genau ich steig mal ja Daher wir rein, raus. Komm. BEEP! Warte. Ups, hat der Ausgang. Ich kann den Ausgang öffnen. Komm mit. Wo willst du hin? Das hab ich verloren. Hier, warte. Hier, zurück. Zurück laufen. Andere Seite. Hier, hinter dir. Komm mit. Ja. Komm mit. Wir machen jetzt auch. Jetzt ist was. Ich drück so schnell wie möglich sein. Wie du mich so anguckst. Da kann man leider nicht zusammen machen. Nee, leider, da wird es noch mal gehen. Ach so. Man hat schon Torf gemacht. Ja, das kann man nur noch offen machen. Und abhauen. Nee. Wir warten jetzt. Man bleibt aber stehen. Nein, Ronny. Ui, schön. Ich rette die anderen. Geht raus. Oder die kommt mit. Komm mit. Soll ich mitkommen? Ja, komm mit. Ach, sie hat es geschafft. Mach zurück. Nein. Das schlug. Lass warten bis wir rausgehen. Mit den Klo verabschieden. Das war. Ich bin schon raus. Der eine. Lass einfach stehen bleiben. Mit den verabschieden. Mit den Klo verabschieden. Ich bin schon mal nah dran. Warte. die kettenreaktion er sieht mich komm lass abhauen ich bin der einzige da am meisten punkt hat und danach das ist aufgabe schafft ja so schon da habe ich oben ist nicht gleich wissen doch habe ich also mein condom geht nicht weiter warum nicht jetzt noch drinnen mit den settings ob das zweiter nicht mal schlecht was man tritt umso gut eigentlich diesmal wir haben doch die ganze generator gemacht ach so stimmt jetzt richtig viele punkte zur aufgabe gehen zur herausforderung ja naja kannst du sicher wie du machst auch fortfahren noch eine runde zu minuten gerade mal halbzeit ja selbe karte die nase krabbelt nur was ist jetzt nichts das nur so ich nicht auswählen da gibt ja keine aufgaben mehr warum nicht da gibt es ja eigentlich noch der kill aufgaben wird jetzt getrennte spiele spielen aufgaben sind ja unrelevant eigentlich immer ganz oben auf ja genau die aufgabe mit überlebten und retten ich kann ich noch was will ja sieht man ja wo hier so ein kreis ist also wir müssen ein überlebenden retten wie wir halten uns dann gegenseitig wenn es geht ich nehme mal den pöp mit 10 10 nicht meint hier deswegen den kreuz das heißt entscheidungsschlag das muss erst mal feisch halt ja ja es hat durch den strich wäre deine aufnahme zeigen was schönes gibt tosti im werkzeugküste oder was auch immer da ist ach oder lasst sein mach bereit ach komm ich kann nicht mehr ready schreiben ich kann ja werbe machen follow me on twitch ich wollte beleidigt go ich me du ich du 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 Ach nee, nicht die Match wieder. Oh, wir sind zusammen. Oh nein, der Kloß bei denen. Ach, nur der Geist, den ich war. Das hat auch keine Glocke an. Guck mal oben links, jetzt hab ich den Kreuz, weil ich das mit hab gekürzt. Ja. Ja. Wo hatte ich das? Hm? Wo hab ich das gehört? Ja. Wir haben eine Ruhe. Ja. Komm her. Ich hab ihn geblendet. Ich hab ihn gar nicht gesehen und gehört. Ich hab ihn gar nicht gesehen und gehört. Ich hab gesagt, der hat sich verlaufen. Vielleicht ein Blende. Hab ich das gut gemacht? Ja. Ja. Das sieht man. Ist er hinten irgendwo. Ja. Hat ja neben wie er dich geschlagen hat als Phumpe. Klar, ich hab ihn geblendet. Klar, klar, klar. Oh Mann, da muss gelernt sein. Darf ich? Der kommt da! Hinter dir! Kommst du heute oder morgen? Dankeschön. Das war auch meine Aufgabe, das ist jetzt meine Aufgabe, bitte lass mich. Habe ich das gut gemacht? Ja. Das glaube ich auch noch in den Heinen, glaube ich. Ja, mich. Na du nur Prozent hast du. Du musst mich dann halten. Oh nein. Nein. Aber egal. Nee, das nervt. Wir wissen, der Glocken zum Markt. Ich sehe ihn. Soll ich sie holen? Ja, mach, mach, mach. Oder, warte. Abi. Jetzt ist er auch nicht. Aber ich wollte dich gleich. Er hat mich verloren. Verloren. Wer hat vorgeleitet? Guten Tag. Psst. Den kannst du retten. Na, hei. Na, hei. Du musst du heilen. Du musst mir auch gleich heilen. Ja, das kann ich machen. Oh, oh. Hast du geschafft? Oh. 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 Oh, 100% steht oben links. Oh. Oh, oh. Oh. Aber bei dem schon nicht. anderen anderen generator oder ja auch als egal ein stream puffer ich gucke dazu und das sehe ich ja wenn es nackt das war kurz fp ist ich hab klappt 30 30 da hat sich und sich gemacht da war ja natürlich wieder auf mich verloren verloren ist bei mir er hat mich gesehen doch nicht kommt und wenn ich mal wissen wo ihr seid beim generator wenn du gerade ausläuft ja genau ich gerne einen generator das ist für uns der letzte generator dann haben wir es gleich geschafft ja guck mal den einen an den letzten typen das tb und ganz jetzt auch jetzt also mit meiner was du mir auch dass der geist noch herkommt er ist dahin er weiß wo wir sind er kommt zu uns nein ich wollte ihn retten ich hätte ihn okay wir müssen ihn melden den killer warum da ist ein camper da ist ein camper wir müssen ihn reporten wegen camp hast du gehört davon hat die arbeit nee darf man nicht sonst kann er gebannt werden wie macht man das natürlich ist ganz ganz rechts also warte du gehst zum killer ganz unten warte rechts da müssen so ein daumen nach unten kommen ja ist er macht diese gibst du das erst mit daumen hoch schreibst du camping rein also k i k a c a p i n g ein nach oben oder was also darum nach oben ja dann gibt es als info ein camping das camping aber warum da nach oben weil wir feedback geben und das macht man so was auch gesendet kommst du zurück zur lobby unsere nächste aufgabe ist verbrauch eine werkzeugkiste kiste hat's gesehen wenn wir überstunden fast 30 minuten gut dann sagt du deine endstelle und du sagst du dann runter jetzt können wir wieder neue aufnahme stoppen wo sie jetzt runter warum nicht runter noch nicht macht eine endstelle cut na würde ich sagen sage ich danke was dabei meine liebe freunde geht gleich weiter ich kann abuta leiten kommentieren soll gerne video beschreibung vorbei link drehende youtube quatsch ja doch youtube findet ihr auch aber mit stiktok und so weiter findet ihr da tollgamer im spielgamer vorbei guten tag und sonst ja sieht man sich bei der nächsten folge wieder bis dahin bye bye und adee tschüss 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 äh spielegamer ja genau